Jo Freunde, was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge SICKA News. Eure SICKA News jeden Mittwoch hier um 15 Uhr. Wir haben auf jeden Fall für die nächsten Tage sehr krasse Releases. Auch die nächsten Wochen werden sehr, sehr interessant. Deshalb würde ich sagen, starten wir direkt rein. Let's go! Letzte Woche angekündigt und jetzt haben wir anscheinend wirklich einen offiziellen Release von den Jordan 12ern zusammen mit Ama Manier. Zumindest gibt es jetzt zu dem weißen Colorway schon mehrere Raffles. Und der weiße Colorway ist auf jeden Fall auch in den Women's Sizes, also auch in den größeren Größen in der Sneakers App gelistet. Im Gegensatz zum schwarzen Colorway, den es nicht in Women's Sizes gibt, sondern den es nur in Kindergrößen und Babygrößen gibt. Ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass das Ganze auch wirklich dann nur ein Ama Manier Exclusive Release war, der eben dann nur auf der Ama Manier Seite wirklich kam. Retail bei dem weißen ist 225 Euro und den Resellwert würde ich so auf 240 bis 250, maximal 260 in den besseren Größen schätzen. Es sind auf jeden Fall schon ein paar Raffles zu dem Schuh jetzt offen. Wie gesagt, am Donnerstag kommt er aber auch ganz normal in den Nike Sneakers App. Und auch am Donnerstag kommt dann eine Nike Supreme Kollabo. Zu Supreme kommen wir auf jeden Fall noch am Ende des Videos. Nämlich der Nike Air Bacon in zwei Colorways. Einmal in so einem, ja, weißen Colorway und einmal in so einem schwarz-rot-lila-gelb-schimmernden Colorway, der eben nochmal so ein reflektierendes Material hat mit so einem Farbverlauf. Der Air Bacon, ich habe es damals schon gesagt, ist gar nicht meins, also würde ich auf jeden Fall nicht tragen. Retail ist hier 168 Euro und ich glaube, dass der auch nichts im Resell gehen wird. Maximal noch der weiße Colorway, so 10, 20 Euro, aber so ein Resellend würde ich den auf jeden Fall eher nicht holen. Machen wir weiter am Freitag mit dem Jordan 14, was auch wieder ein Darmenschuh ist, in dem Metallic Silver Colorway. Für mich wäre das auf jeden Fall nichts. Retail ist hier 200 Euro und auch der wird nichts im Resell gehen. Auch am Freitag kommt noch ein Air Max 187 Safari, auch wieder für Darm, in so einem hellen Safari Colorway. Retail 170, aber auch da wird Resell-technisch nichts zu holen sein. Und dann am Samstag auf jeden Fall für mich der Release der Woche, nämlich der Jordan 5 University Blue, beziehungsweise UNC. Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich mir den für Personal holen möchte, weil noch echt sehr, sehr viele Sachen im März droppen. Ich habe dazu auch noch ein eigenes Video gemacht. Wenn ihr das gesehen habt, dann wisst ihr, was ich meine. Retail ist hier auch 220, ist mir auch schon wieder zu viel, muss ich sagen. Demnach Resell-technisch auch nicht so viel zu holen, also maximal 20 Euro vielleicht. In den besseren Größen vielleicht auch 30, aber ich glaube schon, dass man da nicht so viel drauf zahlen muss, wenn man ihn jetzt zufälligerweise dann nicht bei Release bekommt. Der UNC als Colorway trotzdem immer sehr nice, also schreibt gerne mal in die Kommentare, ob ihr euch den holen werdet. Machen wir weiter, am Montag kommt bei sehr vielem Stores der Nike Dank Low Reverse Brasil. Den originalen Brasil hatten wir ja schon mal, ich glaube 2020. Hier ist wie gesagt einmal die umgekehrte Version. Retail 110, Resell glaube ich nicht, dass da was zu holen sein wird. Und dann kommt am Montag noch ein Schuh, der für den internationalen Frauentag gedacht ist, nämlich ein Jordan 1 Low. In so einem Fliederton mit Stickereien und auch mit Sprints auf der Toebox. Retail hier 130, Resell ist hier aber auch nicht zu holen, aber definitiv ein cooles Konzept. Und dann am 7.3. ein geisteskranker Release. Da kommt nämlich der Nike Air Force One Low Tiffany raus. Die offizielle Kollabo mit Tiffany und Co. In diesem schwarzen Colorway mit diesem charakteristisch in Tiffany farbenen Swoosh. Ich werde natürlich auch alles geben, um diesen Schuh zu bekommen. Und der Schuh wird auch nur bei Nike wahrscheinlich released werden. Laut meinen Informationen soll auch nur ein Tiffany Store diesen Schuh noch kriegen. Und das ist der Tiffany Store aus New York. Ansonsten wird kein anderer Tiffany Store den kriegen. Ich glaube halt, dass der größte Stock wirklich dann Nike bekommt und dann eben auch viel wieder Backdoor rausgeht. Beziehungsweise eher dann an Stammkunden von Tiffany. Retail ist hier 400 Euro. Liegt natürlich auch an der Silberpartie, die hinten mit eingearbeitet wurde. Resail-technisch würde ich sagen, dass der Minimum 600 bis 700 Euro gehen wird nach Release. Zumindest habe ich auf Instagram gesehen, dass sehr viele Early-Paare so für die Preise jetzt weggehen. Und daran würde ich mich auf jeden Fall auch orientieren. Wie gesagt, mindestens. Ich gehe davon aus, dass es sogar mehr ist. Aber das ist eben so ein realistischer Bereich. Profitmäßig lohnt sich das Ganze natürlich extrem. Und da werden natürlich auch sehr viele Leute draufgehen. Ich bin gespannt, wie krass limitiert der Schuh nachher wirklich ist. Und wie hoch vor allem auch der Stock war. Und dann, wie sich die Resail-Preise entwickeln werden. Ich drücke euch die Daumen und hoffe, dass man da irgendwas holen kann. Am 8.3. kommt dann noch, wie ich finde, ein sehr cleaner Jordan 2 Low. Ist auch wieder ein Woman-Schuh. Nämlich der UNC to Chicago. Beziehungsweise Gym Red und Dark Powder Blue. Ist, wie ich finde, gerade durch das weiße Leder, durch die blauen, roten Akzente. Und dann vor allem durch die Sale-Sohle. Sehr, sehr clean kann man, denke ich, vor allem jetzt den Frühling auch sehr gut tragen. Und wäre auch ein cooler Personal. Retail ist hier 160 Euro. Und Resail-Technisch ist hier auf jeden Fall nicht zu holen. Und dann kommt nächste Woche Donnerstag noch am 9.3. Die beiden Ambush-Colorways raus. Auf dem Air Force One Low. In dem Black und in dem Sale-Colorway. Der Sale-Colorway auf jeden Fall sehr beliebt, so wie ich das mitbekommen habe. Nur Retail ist bei beiden 190 Euro. Und ich kann mir vorstellen, dass hier maximal der weiße Colorway ein bisschen was geht. Beziehungsweise, wenn man ihn halt nicht für Retail bekommt, man ein bisschen was drauf zahlen müsste. Aber jetzt auch nicht geisteskrank viel. Vielleicht 10, 20, maximal 30 Euro. Ich persönlich finde aber auch den weißen aus diesem ganzen Pack am besten. Und würde mir, wenn ich mir einen kaufen würde, auch auf jeden Fall den Sale-Farben holen. Ein paar Refits sind dazu auf jeden Fall schon offen. Da könnt ihr euch auf jeden Fall schon eintragen. Und das wären auf jeden Fall auch erstmal die wichtigsten Releases gewesen. Und jetzt würde ich sagen, kommen wir zu den Leaks, weil da haben wir einiges. Beziehungsweise kommen wir jetzt erstmal zu einem Thema, was ich so ein bisschen updaten wollte. Na, starten wir rein. Let's go. Nämlich der Konflikt mit Adidas und Kanye West. Und anscheinend sieht es aktuell so aus, beziehungsweise sind das die Gerüchte, dass Adidas und Kanye wieder zusammengefunden haben, beziehungsweise er Adidas auf Kanye zugegangen ist. Und das Ergebnis von diesem Gespräch eben war, dass Kanye gesagt hat, okay, Adidas, ihr könnt die restlichen Paare, die ihr noch produziert habt, verkaufen. 500 Millionen Euro hat Adidas auf jeden Fall noch in Yeezys gepackt. Und natürlich wäre das eine Katastrophe, wenn man auf diesem Geld sitzen bleiben würde. Nur hat Adidas ja auch Kanye bewusst rausgeschmissen. Und das ist so eine Sache, da merkt man halt wieder, it's all about the money. Tatsächlich sind das, wie gesagt, alles nur Gerüchte. Davon steht soweit, ich weiß noch nichts fest. Aber wenn es dazu irgendwelche Neuigkeiten gibt, sage ich euch auf jeden Fall Bescheid. Kommen wir dann zu ein, zwei Stunden, die diesen Monat wahrscheinlich noch rauskommen sollen, aber immer noch so kein festes Release Date haben. Zum einen wäre, dass hier der Nike Off-White Air Force One mit in dem Pine Green Colorway. Da gibt es auf jeden Fall jetzt schon einige Raffles. Also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass der auf jeden Fall demnächst rauskommen wird. Genauso wie der Nike S-Bedunk Glow zusammen mit Fly Streetwear. Der anscheinend jetzt auch demnächst rauskommen soll. Also der wird, denke ich, dann bald bei den ganzen Skateshops eintreffen. Demnächst heißt so zwischen 4. und 6. März gehe ich mal von aus. Für mich auf jeden Fall ein Must-Have. Ich habe es schon oft genug gesagt, für mich eines der besten S-Bedunks aus diesem Jahr. Und auf den Release freue ich mich auf jeden Fall sehr. Dann haben wir jetzt nochmal neue Fotos zum anstehenden Jordan 1 High UNC Toad, der ja am 9. Juli rauskommen soll. Und ich finde, der sieht sehr, sehr krass aus. Das Colorblocking ist auf jeden Fall so mit mein Lieblings Colorblocking. Und gerade dieses Blau ist halt wirklich so ein richtig schönes UNC-Blau. Also mir gefällt der auf den Fotos sehr, sehr gut. Und dann habe ich euch schon in einer der letzten Folgen den Jordan 1 Craft gezeigt, beziehungsweise Keladon. Und da habe ich ja gesagt, dass ich das Konzept eigentlich sehr cool fand. Jetzt ist eben noch das Konzept aufgetaucht und wenn der so rauskommt, dann fast das mal wieder komplett. Also den finde ich tatsächlich dann gar nicht nice. Da würde ich dann wirklich eher den da präferieren. Aber schauen wir mal, was da im Endeffekt bei rauskommt. Der soll auch erst im Herbst rauskommen. Und dann haben wir endlich mal richtige In-Hand-Fotos von dem Jordan 4 SB. In dem Pine Green Colorway, der jetzt ja auch im März rauskommen soll. Anscheinend soll der am 17. März bei den ganzen Skate-Shops kommen und dann eben am 21. März in der Nike Sneakers ab. Und ich habe es euch ja gesagt, ich bin davon ausgegangen, dass der Schuh wirklich mit der Gamsol kommt. Und hier hat der Schuh auch eine Gamsol. Also der wird wahrscheinlich wirklich jetzt genau so aussehen. Und wir haben dazu auch erste Fotos von der Box. Ich habe mir zwar die ganze Kollabo irgendwie doch nochmal ein bisschen anders vorgestellt. Ich fand die Mockups teilweise wirklich geiler. Ist jetzt aber auch nicht so, dass ich sage, ey, ich bin jetzt komplett enttäuscht. Ist definitiv ein cooles Konzept. Passt auch gerade aktuell zu den ganzen Colorblockings, die ja Jordan Brand bringt. Bin ich mal gespannt, wie limitiert das Ganze sein wird. Ich kann mir aber vorstellen, dass der wirklich sehr schwer zu bekommen sein wird. Alle Infos dazu aber noch in kommenden Sneaker-News-Videos. Dann habe ich euch letzte Woche ja den neuen Adidas Sean Roverspoon Gazelle gezeigt. In diesem Colorway. Und anscheinend gibt es noch einen zweiten, der komplett mal wieder so aus Cordwell besteht. Also aus einem Cord-Material. Wofür Sean Roverspoon ja auf jeden Fall auch bekannt ist. Wir haben hier auf jeden Fall so, ja, verschiedene Muster drauf. Relativ organische Muster. Und dann eben in Navy die drei Streifen. Und auch in Navy das Material, was sich bei den Laces befindet. Ich kann es nur immer wieder sagen, ich fand Sean Roverspoons Job bei Nike auf jeden Fall wesentlich besser. Liegt aber auch eher an der Silhouette. Weil die meisten Adidas-Silhouetten, die finde ich einfach nicht so krass. Und was Sean Roverspoon immer wieder schafft, dass man ihn halt direkt an den Collabos erkennt. Wann das Ganze jetzt rauskommen wird, weiß man noch nicht. Ich denke mal schon so relativ zeitnah zum Sommer. Dann gibt es neue Fotos von einem neuen Colorway. Aus der Nike und Claude Collabo, nämlich von dem Cortez. Den haben wir ja in diesem weiß-schwarzen Colorway schon gesehen. Und anscheinend gibt es jetzt einen in diesem, ja, schwarz-Varsity Maze. Also in so einem bestimmten Gelbton. Finde ich sogar cooler. Einfach, weil der nochmal ein bisschen knalliger ist. Jetzt vom Konzept her bin ich da aber jetzt auch nicht der riesen Fan von. Ich kann mir aber vorstellen, dass da sogar noch mehr Colorways kommen werden. Und Ende des Jahres kommt dann wahrscheinlich noch ein neuer Colorway aus der Supreme Air Force Reihe. Da haben wir bis jetzt ja immer nur den weißen, den schwarzen und diesen Wheat Colorway gehabt. Jetzt kommt anscheinend so ein brauner Colorway noch raus. Ist quasi so ein dunklerer Wheat und nennt sich Barock Brown. Auf jeden Fall cool, dass das Ganze so ein bisschen erweitert wird. Wäre jetzt aber auch kein Must-Have für mich. Offizielle Fotos haben wir dann von diesem Nike Dunk Low Satin. In dem UNLV Colorway. Ist, finde ich, nicht der schönste Colorway. Aber immer interessant, dass man hier wirklich so einen Satin-Dunk raushaut. Wann er genau rauskommt, weiß man noch nicht. Auf jeden Fall dieses Jahr. Und dann soll anscheinend noch ein neuer Colorway von dem Adidas Bad Bunny Campus rauskommen. In so einem Olive Colorway. Die Sohle hat man hier quasi gleich gelassen. Das Einzige, was sich halt geändert hat, ist das Wildleder-Upper. Beziehungsweise die Farbe, die eben in diesem Olive-Ton ist. Finde ich nicht so gut wie den ersten Colorway. Aber auch einfach nur, weil der erste halt wesentlich cleaner war. Trotzdem ist, äh, okay. Kann man machen. Wann der jetzt aber rauskommen wird, weiß man nicht. Hier steht jetzt 25. Februar. Ja, kann ja nicht sein. Also, keine Ahnung, wann der wirklich rauskommen wird. Ich hätte eigentlich gedacht, dass die Nike Air Force Ambush-Kollabo mit den letzten beiden Releases eben dann, ja, zu Ende gewesen wäre. Es gibt jetzt aber noch Fotos von diesem Chicago Colorway. Ob der rauskommen wird, weiß man nicht. Ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass der wie die anderen Fragment Colorways, die ja auf den Dunk kommen sollten, die aber auch nicht kamen, auch wieder nur ein Konzept ist oder halt Friends and Family sind. Und aktuell ist ja der Nike Sumo Mero 5 ein sehr beliebter Trainer. Nur was hier jetzt gemacht wurde, weiß ich jetzt nicht. Sieht mir irgendwie ein bisschen zu abgespaced aus, aber ist auch irgendwie cool. Das Ganze nennt sich Timeless und soll auch mal wieder so eine Art Panda darstellen. Wann der jetzt aber rauskommen wird, weiß man auch noch nicht. Auf jeden Fall irgendwann in diesem Jahr. Dann auch sehr interessant, kriegen wir dieses Jahr anscheinend noch ein Nike Dunk Low zusammen mit Fragments und Clot. Die Marke Clot verhält nämlich dieses Jahr ihr 20-jähriges Jubiläum. Und zur Feier gibt es dann eben, ja, diesen Dunk zusammen mit Fragments und Nike. Da haben wir jetzt noch keine Fotos, wie das Ganze halt aussehen könnte. Da gibt es wirklich nur so ein paar Detailshots. Wenn es dazu neue Fotos gibt, sage ich euch aber direkt Bescheid. Ja, und damit werden wir auf jeden Fall auch mit den ganzen neuen Leaks durch. Kommen wir dann also noch zu den Supreme News. Haben sich ja sehr viele gewünscht. Die erste Information habe ich euch ja vorhin schon gesagt bei den Releases. Da kommt ja der Air Bacon raus in zwei Colorways. Und ich muss sagen, an sich nicht so eine starke Woche, jetzt aber auch keine geisteskrank schlechte Woche. Meine Highlights auf jeden Fall der Motion Logo Hoodie. Ist halt ähnlich wie so ein Box Logo, nur dass wir eben so ein verblörtes Supreme Logo, beziehungsweise so eine Aufschrift haben. Beanies kommen auch in dem gleichen Design. Und wer jetzt noch sagt, ich muss unbedingt noch einen Nagel in die Wand hauen. Und der kann sich hier diesen Hammer kaufen. Die Pufferjacke finde ich jetzt tatsächlich nicht so krass, weil das da vorne so fett Supreme draufsteht. Na gut, ich trage selber einen Bogo, aber ist mir da einfach ein bisschen too much. Diese Canvasjacke ist an sich ganz cool. Mein persönlicher Favorite ist auf jeden Fall der Printed Wash Sweater. Hier finde ich halt dieses Verwaschene sehr nice. Und auch diese Schriftart, auch wenn hier auch dick Supreme vorne draufsteht. Aber ansonsten eher eine relativ magere Woche. Falls ihr euch aber irgendwas holen wollt, schreibt es gerne in die Kommentare. Würde mich auf jeden Fall sehr interessieren. Und damit werden wir jetzt auf jeden Fall auch am Ende des Videos angelangt. Schreibt gerne wie immer euren Lieblingsrelease und euren Lieblingsleak in die Kommentare. Ansonsten danke fürs Zuschauen. Lasst dem Video auf jeden Fall gerne ein Like da. Abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, um keines solcher Videos mehr zu verpassen. Ansonsten Freunde, bleibt gesund, haut rein und bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Mal.